Ab März 2015 ist dieses hier angebotene Einzimmer-Apartment zur Zwischenmiete frei. Die neuwertige Wohnung ist in München Brodering. Das im Jahr 1966 erbaute Haus verfügt über acht Etagen. Das Objekt befindet sich in der sechsten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Das Apartment verfügt über einen Balkon. Das Objekt befindet sich in der sechsten Etage, verfügt über einen Personenaufzug und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Apartment bietet eine Wohnfläche von ca. 30 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 850 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Und zwar die der